So Majestic Gold Ein Zirkchen Ich muss gleich mal gucken, ob ich auf nur Protoss eingestellt bin Ich meine, ich will mich nicht beschweren, ich spiele gerne Protoss Aber eigentlich spiele ich ja random, ne? Oh, ein Zirk, der nicht antwortet, wenn das kein Early Pool wird Er scoutet aber auch früh, das spricht gegen den Early Pool Oh, ich block da mich jetzt Oh, da war noch eine Drohne Was wird das denn hier? Da machen wir mal schnell den zweiten Halber Äh, ein zweites Gateway Viele Worker gebaut Minodengas geklaut Alles gut soweit Wie viele Drohnen will der denn noch runterziehen? Oh, das war schade, dass du da nochmal reingefahren bist Aber nicht weiter schlimm Also er kann immer noch vor unserer Base eine Hedge bauen Da müssen wir gleich auf jeden Fall nach scouten Weil ich meine, es wäre noch eine weitere Probe losgefahren Das müssen wir mal einmal kurz abchecken Ja, hier ist keine Probe Oder gibt's hier Gold Minerals irgendwo? Oh, ne Oh, shit Das ist ja auch wieder mal eine Premium-Roll von ihr Gut, hier ist schon mal nichts Oh, Gott Wie mache ich denn das hier zu? So? Ja, ne Sehr schön Weiß nicht, ob das weit genug außer Range war Hier gibt's keine Dritte Wer kann natürlich die anderen nehmen? Gebt uns einen Auftrag Poor Salah Rutsch ist interessant Das ist interessant Und jetzt nicht ganz so geil, um ehrlich zu sein Zum Beispiel eine Twilight Council gebaut hat Wenn mir gerade mal so überhaupt nicht hilft Das sind ja ganz schön viele Roaches Feindkontakt Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen Ich bin der Wille des Hierarchens Auslöschung Ich bin hier in den Schatten So, Gates Wird fertig Komm, Gates Ich bin hier in den Schatten Gates Er muss eigentlich nur meinen Cybercore töten Wenn er meinen Cybercore tötet, bin ich ganz tot Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Das habe ich nicht gemacht Ich bin hier in den Schatten Gut Gut, haben wir es doch gehalten Das hat aber zugegebenermaßen nicht gut ausgespielt Wer da einfach meinen Cybercore getötet hätte Hätte er mich gehabt So Dann bau doch Hast du dich echt hier eingebaut, Probe? Wir lassen keine Probe zurück Wir lassen keine Probe zurück Wir lassen keine Probe zurück Ich muss jetzt gleich ins Gas gehen hier Ich mache es mal was sinnvolles So Nehmen jetzt die dritte und pushen Oh, wir haben aber gar keinen Blink Ich dachte, Blink wäre schon durch Ist es aber nicht Also ich könnte mir guten Mutterkram jetzt vorstellen Das heißt, wir sollten mal gleich auf jeden Fall pushen Relativ kann natürlich auch direkt auf Lurker gegangen sein Ich meine, das ist ein Zerg Er kann eigentlich alles gemacht haben Seien wir doch mal ehrlich So, aber Blink sollte jetzt durch sein Sparen wir gerade ein paar Minerals So, wir haben ein bisschen wenig Worker Allerdings ist zugegebenermaßen unser erster Nexus ja auch schon leer Klapp Ich bin hier in den Schatten Mineralienfeld erschöpft Haben wir nicht irgendwo einen Observer gewahrt? Da ist der Observer Ah, beste Forcefields Hallo, wenn ihr alle da seid Dann wird das ganz nett von euch Das war's mit der Majestätischen Ziege Sehr schön Sehr schön Sehr schön So ungefähr wäre das doch Wir müssen ja eben gucken Ne, wir stehen doch auf Zufall Eindeutig Das heißt, gleich kann das TVT kommen Das war ganz merkwürdig Also eigentlich hatte er mit dem Roach-Push Viele, viele Chancen Ähm, das Einzige, was mich gerettet hat War, dass ich es gesehen habe Und dass er es verkackt hat Den Cybercock zu snipen Wenn er den Cybercock zu snipen Hätte ich nur noch Zellets warpen können Und das wäre dann gegen die Roaches Noch viel schlimmer gewesen Natürlich habe ich auch Worker gekattet Sieht man ja hier eindeutig Aber er hat halt viel früher schon Worker gekattet Dementsprechend war das völlig okay Und ja, danach war es dann nur noch Formsache Aber da hatte ich auch ein bisschen Glück Das muss ich mal so deutlich sagen Ein Protoss-Gegner Ich werde wieder Protoss Okay Dann haben wir heute die Protoss-Wochen Das ist schon wieder zu freundlich Da ist was im Busch Bis dahin, okay Ein Maß an Freundlichkeit Was dem durchschnittlichen Letterspieler übertrifft Aber Dem letzten GL-GL Hat er sich verdächtig gemacht Dem da ja nichts unterstellen Aber ich habe da böse Erfahrungen gemacht Pro-Filing ist genauso früh wie meine Also Pylon-Scout Okay, jetzt alles normal Gas genommen Zweites Gas nicht Zweites Gas jetzt Soweit so normal So Inklusive Wall Koko Wall meine ich eigentlich falsch rum Aber naja Oh, das war auch ein Fehler von mir Pylon ist zu früh Dafür ist der Cybercore zu spät Blöder Fehler Wenn das Gas so früh war, okay Lag halt daran, dass er in meiner Base war Und ich Angst hatte, dass es geblockt wird Zumal er ja auch ein frühes zweites Gas genommen hat Ist das völlig in Ordnung gewesen Aber das mit dem Cybercore war blöde Das muss man leider so sagen Wir nehmen diesmal Wir gehen auf Blinkstalker Das ist zwar was, was ich nicht so ganz so gut kann Aber wenn wir immer das gleiche spielen Ist ja auch ein bisschen blöd So oft wie wir heute schon PvP haben Wollte ich heute mal Wollte ich jetzt mal was anderes machen Wir müssen ja ein bisschen Abwechslung hier reinbringen So, interessant ist, dass er hier noch gar nicht Unterwegs ist Echsen-technisch Glauben wir mal ganz kurz Zwei Stalker Schade Schade, schade Wir brauchen auch mal zwei Stalker Und brauchten dann jetzt die Echse Trotzdem das schon mal in Auftrag geben Aber jetzt brauchen wir mal dringend die Echse Habe ich gesagt Also die Echse Mein Gott, Ressourcen Ich kann ja doch sogar schon Worker Sie haben halt nichts gesehen von ihm Das ist ein bisschen problematisch Okay Gehen wir mal Richtung Risiko Ach komm schon Probe Wir müssen hier versuchen Ein anfliegendes Oracle abzufangen Allerdings kann er natürlich auch Ein One-Ways-Push mit Stalkern vorne machen Dann bin ich tot Das ist gerade ein bisschen ein Gamble Den ich hier eingehen muss Weil meine Probe zu früh gestorben ist Ohne dass ich irgendwas gesehen habe Dann muss man halt so ein bisschen Nach Gefühl spielen Und manchmal ist dieses Gefühl gut Manchmal ist das Gefühl gut Manchmal schlecht Jetzt ist auf jeden Fall ein Observer In unserer Base Das heißt alles Deutet erstmal nicht unbedingt Auch einen One-Ways-Push hin Sonst würde er nicht damit scouten gehen Warte Sentry Damit wir gleich vernünftig scouten können So Und wir ziehen selbst eine Robo nach Und bauen dann jetzt erstmal Gates Also er wird Immortals haben Das heißt Blink-Stalker werden mir nicht so viel helfen Trotzdem Natürlich ganz schön Um einmal ein bisschen über die Map zu gucken Apropos über die Map gucken Das machen wir jetzt auch einmal Mit einer halluzionierten Mit einem halluzionierten Phoenix Eine dritte an der Position zumindest nicht Sollten uns mal einen Recall aufbewahren Jetzt wir gleich auf Beton treffen Ich wollte eigentlich die Sentry fokussen Das hat leider überhaupt gar nicht geklappt Wir versuchen uns aktiv auf der Map zu halten Während wir im Hintergrund Aktiv auf der Map halten Wird auch schwierig Wenn wir im Hintergrund Immortals bauen Wollte ich eigentlich sagen Blink doch Manchmal drücke ich einfach nicht Schnell genug die richtige Taste Wo mein Gehirn denkt Ich würde sie drücken Das ist immer sehr ärgerlich Hat er die dritte jetzt genommen Sieht fast so aus, oder? Wir müssen gleich in Richtung Immortals gehen Äh, gehen in Richtung Salids Mit Charge gehen Also quasi den Switch spielen Keine dritte Oh Steht aber noch defensiv Ich glaube es war Doppelforge Bin mir aber nicht ganz sicher Um ehrlich zu sein Schade ist halt Wenn man kein Starget Opening spielt Hat man eben nicht die Möglichkeit Mit einer Mit einem Oracle dauerhaft Die gegnerische Armee zu taggen Das fehlt mir ein bisschen Muss ich ganz ehrlich sagen Nicht genügend Energie So, zwei Immortals Wie gesagt Wir fangen jetzt mit Salids an Hier auch nochmal eine Shieldplatte Hier rein Nicht verraten, dass wir komplett vorne sind Ich sehne mich nach dem Kampf Ich durchstreife die Galaxie So, wir brauchen eine Doppelforge So, wir brauchen eine Doppelforge Und hier brauchen wir auch mal einen Pilot Und hier brauchen wir auch mal einen Pilot Doppelforge upgraded Hier ist er Mit vielen Immortals Alles okay Alles okay Alles okay So, selber unsere Doppelforge nutzen Er ist upgrade-technisch Deutlich weiter als wir Das ist ein bisschen blöd für uns Aber nicht weiter Änderbar Außer, dass wir selber Krone mussten Von daher machen wir das einfach So, wir stehen ja hier mit Detection Das heißt, das ist erstmal kein großes Problem Was ein großes Problem ist Ist, dass wir so wenig Gates haben Da muss ich gleich dringend mal gegen Die Richtung einschlagen Gegenrichtung Quasi Jetzt müssen meine Props noch weiter fahren Naja, was soll's Das bringt nämlich vier Jetzt überzuschicken Viel Immortals Wir haben bei ihm keinen Disruptor-Switch gesehen Also Müssen wir da uns erstmal keine Gedanken machen Wir dürften jetzt eigentlich Templar walken können Genau Jetzt nochmal eine Halluzination auf den Weg schicken So Er hat Zillichard Leider war das kein One-Hit-Kill 1-1 Er baut zumindest zwei Zweier Kone wusste das nicht Baut eine vierte Da ist die Halluzination noch nach Hause zurückgekehrt So Vermutlich hätte er hier ein Pane gebaut Warum sollte er sonst hier mit einer Probe unterwegs sein? Genug meditiert Genug meditiert Die Verschmelzung ist abgeschlossen Oh, wir haben Warp-Prizen Dann machen wir kein Zweites Observer können wir allerdings trotzdem noch gebrauchen Keine Frage Da kommt er Naja Baut Nicht mal schön Das war P Wenn wir angegriffen ein Leben für Ajo Dankschön durch, noch nicht Die Verschmutzung ist abgeschlossen. Gerechtigkeit wird herrt. Upgrade durchgeführt. Mineralienfeld erschöpft. Ihr müsst zusätzliche Küche bauen. Ich mein Leben für Ajor. Oh, wir schnapp ich die Orgelkünferde. Na dann, Dailan. Der Kampfesruhen wird unser sein. Der Kampfesruhen wird unser sein. Nicht geniegend Elm. Mineralienfeld. Fokus. Fokus. Er hat keine Detection. Er hat keine Detection-Name. Sehr gut. Mein Leben für Ajor. So, das hat mir nochmal den Arsch gerettet. Die Hälfte meiner Mami hat nicht mitgekämpft. Das hätte deshalb auch sehr gut Schieß geben können. Oh, das ist ergerlich. Genug meditiert. Und der Kampfesruhen wird unser sein. Selbst wenn wir das hier nochmal verlieren sollten an der Stelle. Haben wir so viel Schaden gemacht. Ich sehe auch nicht, wie wir das an dieser Stelle verlieren. Alles unpowered. So, ist jetzt nicht perfekt ausgespielt von mir, aber sollte eigentlich trotzdem reichen. Ja. Mein Leben für Ajor ist jetzt ein bisschen weit weg. Ajor ist. Ajor ist. Ajor ist. Ajor ist. Wenn es das nicht richtig zugeordnet war. Naja, so. Nein, kannst du ein Let's Play immer noch nicht. Ich hab ja Lust zu gewinnen. Oder zumindest mein Bestes zu geben. Und wenn ich halluzinierte Einheiten mache, dann wird das nicht funktionieren. Aber wenn wir gegeneinander spielen. Ich wollte doch irgendwie gegen Skrim spielen oder wie war das? Dann kann ich einfach mal Mars Sentries spielen. Dann habe ich eine Ausrede, wenn ich verliere. Das ist gut. Oh, ich werde mal zerk. Kein Protoss heute. Wow. Oder diesmal. So. Was soll denn jetzt all die Skrim? Möchtest du mich nochmal herausfordern? Oder habe ich das falsch verstanden wohin? Wir können tatsächlich mal wieder Viewer Versus machen, ne? Ah, ich stelle mal die Theorie auf. Ich weiß gar nicht, wie gut war denn Skrim? War Skrim Goldspieler? Ich könnte mir vorstellen, dass ich Goldspieler auch mit Mars Sentries schlagen könnte. Wird aber eng. Am besten nach dem Spiel. Und wieso nach dem Stream? Wenn dann direkt im Stream. Das wäre dann quasi 20 Uhr. Könnte ich nochmal eine kleine Runde Viewer Versus einstellen. Wird mal 18.30, 19.15. Ja. Dann hätten wir zwei normale Letterfolgen. Und einmal ein paar Viewer Versus folgen. Gut. Dann wird es vermutlich nichts werden, wenn du Diamond bist mit Mars Sentries. Dann muss ich doch normal spielen. Wir brauchen mehr mehr. Ich will nicht im Stream. Ja, dann nicht. Irgendwie da streamen oder gar nicht. Danach muss ich noch das morgige Replay aufnehmen. Tatsächlich muss ich das. Für morgen habe ich noch keine 6 Uhr Folge. Und ich kann ja nichts aus dem Livestream hier nehmen. Gut, ich könnte noch den Rest des letzten Livestreams nehmen, aber das wäre ein bisschen blöd. Ich muss für morgen noch eine Match casten, quasi. So. Also ich glaube, aktuell gibt es... ...einen oder zwei. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Die mich im Viewer Versus geschlagen haben. Von daher, so hochpeinlich wäre es dann ja nun nicht. Vielen Dank für den Follow. Toasty. Oh, das war einmal länger zu viel, leider. Was soll's. Meine Oberleute sind aber nicht gut geflogen hier. Da muss ich mir ordentlich was vorwerfen. Kann man nicht anders sagen. So. Wo ist der Quieb? Da ist der Quieb. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nicht genügend Energie. Liegt weiter, Oberleute. Da braucht Linkspeed noch. Zu lange, leider. Werde ich leider verlieren. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh. Die Speed ist leider zu spät fertig geworden. Bailing! Bailing Nest! Wir brauchen nicht genügend Energie. Ja, DJ. Das war nicht gut von mir. Nein. Scrim. Freundesanfragen werden nicht mehr angenommen. Die Zeiten sind vorbei. Wie werden in der Zuschauerliste immer zwei Leute angezeigt, die nicht da sind? Vermutlich der Nergo-Bot und Nergo-Rix. Weil die schauen den Stream nicht. Beide können zwei gegen zwei spielen. Nein, Scrim. Wie gesagt. Also für den Viewer Versus wäre ich zur Stelle. Ansonsten wird es das nicht geben. Genauso wie vorhin ja auch irgendwer gefragt hat, ob ich nicht mal jeden Sonntag so einen Stream machen kann mit Community-Mitgliedern spielen. Das schaffe ich zeitlich nicht. Kein Fulltime-Streamer. Ist schon schwer genug, das, was ich jetzt hier mache, immer anläufig zu machen. Oh, ein Random-Cheaser. Das ist ein Cheaser, wenn er schon so schreibt. Wir machen mal Gas first. Nicht genügend Mineralien. Ja, es gibt auch ein paar Bots, die so ein paar Daten mitschreiben, sozusagen. Nicht von mir, sondern generell. Und das ist normalerweise diese Electric Skateboard und Electric Longboard und so. Das sind auf jeden Fall welche, die stalken nicht dicht. Die sind generell dafür da. Weiß man nicht so genau für was. Noch mal dicht. Die stalken generell. Also er ist Prodoss, haben wir gesehen. Magisch, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne Echsen. Frage ist, kann ich das? Oder werde ich hier irgendwie geproxied? Natürlich gucken wir uns erstmal nochmal ein bisschen hier um. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Aber nur ein bisschen. Okay. Zack. Und zack. Richtig späte, extra. Jetzt geht's wieder um. Beste, meine. Meine ist auch schön. Das war ja mal ein bisschen gefällt. Nicht genügend in der Reihe. Nicht genügend in der Reihe. Nicht genügend in der Reihe. BBM bereit. Nicht genügend in der Reihe. Mich etwas irritiert ist, wo waren seine Einheiten? Nicht genügend in der Reihe. Nicht genügend in der Reihe. Erweiterung fertiggestellt. Nicht genügend in der Reihe. Kannst kaum noch haben. BBM für... Nicht genügend in der Reihe. Jawohl. Nicht genügend in der Reihe. Das ist so. Was machst du denn hier? Wo solltest ich hier eingehab? Komm jetzt hier. Ja. Nicht genügend in der Reihe. Jetzt geht's los. Was ist das? Nicht genügend in der Reihe. 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 BBM für Einsatzbereit. Schlechte Neuigkeiten? Abmarschbereit. Was ist das? Das ist ja nicht mein Geld. Was nicht passt, wird passen. Komm, noch was? Durchgeladen und entsichert. So. Wow. Eigener Schreck. Nicht genügend in der Reihe. Gut. BBM für Reis. BBM. Nur zu. Kannst kaum noch erwarten. Hätten natürlich auch die, äh, Statisfälle im Aufbau noch verhindern können. Da war ich ja mal ein bisschen zu langsam. Für das habe ich die sichere Variante gewählt. Und einfach einen abgestellt, der davon getroffen wird. Das fand ich dann doch ganz ansprechend. Wir müssen gleich mal einmal scannen, was dann noch so kommt. Mit dem Schilder sind durch. Mit dem Schilder sind durch. Mit dem Schilder sind durch. Und dann ist es jetzt gleich mal Zeit für zwei weitere Barracks. Und dann den Push nach draußen. Zwei weitere Minivacs noch schnell in Auftrag geben. Ich würde lieber so rumlaufen, ehrlich zu sein. Warum bist du nicht mit drin? So, Follow-up vorbereiten. Kommt doch, jetzt geht's los. Abmarsch bereit. Reiß machen, Jungs. Reiß her. Erweiterung fertiggestellt. Sicher. Jetzt geht's los. Appellate Kommandozentrale fertig. Come on, Baby. Mach sie alle. Das war komisch. Das war komisch. Sehr, sehr komisch war das. What the fuck? Gut. So. Ach, man kann auch mal sich einen untätigen Mule leisten. Das ist gar nicht so wild. So, send mir mal bitte das Replay. Aha. Dann musste ich erst mal wissen, wie das geht. So, ich würde sagen, wir machen noch mal einen normalen Leddersieg und dann kann ich mal gucken, falls Leute wollen, spiele ich dann Viewer Versus. Ansonsten gibt's direkt das Community Game. Ich bin jetzt gerade irgendwie im Modus Community. Aber wie gesagt, am liebsten würde ich ein, zwei Viewer Versus machen, wenn sich denn Leute finden würden. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Overlords. Ah, Team ist Möchte. Ja, das können wir doch mal machen. Wir brauchen mehr Mineralien. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Hui, das war aber knapp. Wir brauchen mehr Mineralien. So. Nee, gegen mich ist Viewer Versus. Das ist immer die Kurzform für Viewer Versus Nergorix. Aber bei mir in der internen Formatbezeichnung. Ich habe immer für jedes Format einen siebenstelligen Buchstabencode. Sagen wir mal Zeichencode, denn Zahlen können auch drin vorkommen. Zum Beispiel Walkra 3. Das ist nur Walkra. Schlechtes Beispiel. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Und da ist es Viewer Versus, weil das passt genau. Diese Letterfolgen sind immer Let Live. Dann gibt's Lot 2v2. Logischerweise. Ja, dann ist es Walkra 3. Ich meine, so wäre es auch. So. Und das Ganze, weil ich mir ein paar Skripte geschrieben habe, um die Verarbeitung von Dateien ein bisschen zu vereinfachen. Und dazu ist es immer schön, ein einheitliches Format, ein Dateiformat zu haben. Hier spielt man einen Banning-Bast. Ich habe mal Lust auf einem Banning-Bast, um ehrlich zu sein. Trotzdem holen wir es natürlich eine dritte. Aber ich habe Lust auf einen Banning-Bast. Aber jetzt denkt er bestimmt, dass ich Banning-Bast war, weil er so viele Diggins gesehen hat und keine Drohnen. Was einfach nur an einem unglücklichen Timing lag. Oh, Twilight-Counts. So, ein paar mehr Worker würde ich ganz gerne noch haben. Digginspeed ist durch. So. Ich denke, jetzt ist es Zeit für Linge. Oh, er holt sich hier nochmal zu, oder? Wie das aussieht, hat er gerochen, was ich mache. Jetzt hat er gesehen, wie neue Linke fertig werden. Das ist ganz schlecht für mich. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Nicht genügend. Oh, da kamen mehr Prism. Das gefällt mir jetzt gar nicht so gut. Ich würde diesen Pylon, wenn dieser Pylon fällt, dann haben wir das Spiel gewonnen. Sehr schön. So. Sehr schön. Guck mal gerade extra für dich nach, wie es gecancelt ist. Es ist auch Vue vs. tatsächlich. Ohne das R. Kann ich dir sagen. Es ist Angespie. Für die Angespielt-Serie, die es eigentlich schon lange nicht mehr gibt. Anno 207 ist auch noch da. Auch wenn da nichts mehr drin ist. Arcade M. Diablo 3 passt sogar. F1 Multi. Glad Life. Lot 2 gegen 2. Lot 3 gegen 3. Lot 4 gegen 4. Lot 4 für Community Matches Live. RCO für Community Matches. Lot 3 für Profi Replays. Mincra. NERGO CT. North Gitt. Das darf ich nicht vorlesen, falls es das Projekt nochmal gibt. Aber das war ein Testlauf. Den nenne ich mir nicht vor. SC Ani. SC Marek. SC Remars. Totawh2 Tropico UAVs Und es ist tatsächlich Warcraft Ohne 3 So Ja, ich würde sagen, damit beenden wir den Letterteil Und schauen mal beim nächsten Mal ein bisschen im Viewer vs. weiter Heute war ja eine ganz gute Aufnahme Hier, äh, siegtechnisch 5 zu 1 Die Niederlage war, glaube ich, ziemlich dumm, ne? Was war das nochmal? Ah ja, das war das mit den Lingen Ja, das war dumm Aber es passiert im ZVZ Gut, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen Ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei Hier oben rechts, die Liste vollklicken Und den Rest der Aspekt von mir Und ich wünsche euch einen schönen Tag Macht's gut, tschüss!